Ja, du bist zu schnell. Jetzt ist er ums Eck einmal. Für die Tina wäre eine Biotanleine der roter Tina. Ja, sie hätte ich gesagt. Weil ich letztes Mal, wo ich mir deine auspackt habe, habe ich dann zu ihr gesagt, möchtest du das auch haben? Und sie so, nein, ich glaube lieber nicht. Besser. 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 So. Was ist meine Stimme? . Oh, du magst du sie? Ja.